Natürlich, wenn du so einen Job übernimmst, erst mal überlegst, wie erfolgreich kann das werden. Du bewertest das so aus den Spielen, die du siehst und versuchst natürlich, in so einer Länderspielmaßnahmen ein Gespür zu entwickeln. Und dieses Gespür ist extrem positiv. Ich weiß, dass wir erfolgreich sein werden. Der Geist, den sie auf dem Trainingsplatz hatten, den sie im Hotel haben, wie sie mit anderen umgehen, sitzen teilweise noch eine Stunde länger beim Abendessen alle zusammen und quatschen viel, was ein gutes Signal ist. Aber vor allem einfach den Speed, den sie hatten im Umsetzen von den Ideen. Und da ging es diese Woche schon viel um die Offensive. Und im November wird es dann auch ein paar Dinge über die Defensive geben, noch mehr Dinge über die Defensive geben im individuellen Bereich. Und ich habe es gerade der Mannschaft gesagt, ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umsetzt, finde ich ganz ehrlich. Ich war schwer begeistert und deswegen mache ich mir absolut keine Sorgen.